Schön, dass du da bist. In diesem Video werden wir uns über ein wichtiges Thema für alle, die im kaufmännischen Bereich arbeiten oder studieren unterhalten. Die Liquiditätskennzahlen. Wir werden uns ansehen, was diese Kennzahlen sind, warum sie wichtig sind, wie man sie berechnet und wie man das Ergebnis dann hinterher richtig interpretiert. Und im Anschluss bekommst du die Gelegenheit, selbst zu überprüfen, ob du alles richtig verstanden hast. Also lass uns direkt loslegen. Liquiditätskennzahlen sind finanzielle Kennzahlen, die dir zeigen, ob ein Unternehmen genug flüssige Mittel hat, um seine Rechnungen und anderen Verpflichtungen auch dann nachzukommen, wenn sie fällig werden. Es gibt drei Hauptkennzahlen. Erstens die Liquidität ersten Grades, auch Barliquidität. Zweitens die Liquidität zweiten Grades, auch einzugsbedingte Liquidität. Und drittens die Liquidität dritten Grades auch umsatzbedingte Liquidität. Die Idee hinter den Liquiditätskennzahlen ist folgende. Sie vergleichen, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den flüssigen Mitteln und kurzfristigen Forderungen bedient werden können. Die Liquidität ersten Grades berücksichtigt nur die flüssigen Mittel. Das ist die Summe aus Bargeld, Bankgote haben und gegebenenfalls kurzfristigen Wertpapieren des Umlaufvermögens. Die Liquidität zweiten Grades bezieht dann zusätzlich zu den flüssigen Mitteln auch die bereits vorhandenen Forderungen mit ein. Und die Liquidität dritten Grades umfasst dann das komplette Umlaufvermögen. Machen wir hier ein kurzes Beispiel, das auch so in deiner Klausur vorkommen könnte. Die Ankerwissen GmbH hat folgende Schlussbilanz. Und du sollst jetzt die Kennzahlen berechnen und analysieren. Die Liquidität ersten Grades berechnest du, indem du die 30.000 Euro Kasse mit den 100.000 Euro Bank addierst. Da wir keine Wertpapiere haben, betragen die flüssigen Mittel also 130.000 Euro. Diese teilst du jetzt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten und erhältst so ein Ergebnis in Höhe von 0,56. Bei der Liquidität zweiten Grades nimmst du dieselben Werte und addierst im Zähler noch 100.000 Euro für die Forderung und teilst das Ganze dann durch die Verbindlichkeiten. Das Ergebnis hier lautet 1,00. Für die Liquidität dritten Grades berechnest du die Summe des kompletten Umlaufvermögens und teilst diese ebenfalls durch die Verbindlichkeiten. Das Ergebnis hier lautet 2,30. Gut, das ging ja schnell. Jetzt haben wir also alles berechnet. Es bleibt noch die Interpretation. Um Kennzahlen richtig interpretieren zu können, benötigen wir Richtwerte. Die Richtwerte für die Liquiditätskennzahlen habe ich dir einmal hier im Blau neben unsere Ergebnisse geschrieben. Zur Interpretation gehören immer drei Schritte. Erstens, den Inhalt der Kennzahl beschreiben. Was genau sagt die Kennzahl überhaupt aus? Zweitens, die Kennzahl mit den Richtwerten vergleichen, also ein Soll-Ist-Vergleich aufstellen. Und drittens, die Bewertung der Kennzahl. Ist diese nun gut oder schlecht? Legen wir los. Die Liquidität ersten Grades gibt an, welcher Anteil der Verbindlichkeiten sofort durch liquide Mittel bezahlt werden könnte. Dieser Wert sollte immer über 0,2 bzw. 20% liegen. Die Liquidität ersten Grades der Ankerwissen GmbH ist mit 0,56 bzw. 56% also als gut zu bewerten. Die Liquidität zweiten Grades gibt den Anteil der Verbindlichkeiten an, der durch liquide Mittel und Forderungen bezahlt werden könnte. Dieser Wert sollte zwischen 1, also 100% und 1,2, also 120% liegen. Die Liquidität der Ankerwissen GmbH ist also ausreichend. Nicht gut, aber ausreichend. Die Liquidität dritten Grades gibt den Anteil an den Verbindlichkeiten an, der durch das Umlaufvermögen gezahlt werden könnte. Dieser Wert sollte stets über 2 bzw. 200% liegen. Die Liquidität der Ankerwissen GmbH ist mit 2,3 also hier auch als gut zu bezeichnen. Nun haben wir die Ergebnisse auch richtig interpretiert. Bevor wir zur Übungsaufgabe kommen, mit der du dich nochmal so richtig challenged, möchte ich dich darum bitten, den Kanal kostenfrei zu abonnieren und einen Daumen darzulassen, wenn dir das Video geholfen hat. Die Lösung zur Übungsaufgabe gibt es dann kostenlos auf www.ankerwissen.de. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Nun aber, wie versprochen, zu deiner Übungsaufgabe, mit der du überprüfen kannst, ob du alles richtig verstanden hast. Zur besseren Orientierung bekommst du hier noch einmal die Kennzahlen, Formeln und Richtwerte. Pausier jetzt das Video und löse die Aufgabe ganz in Ruhe, bevor du dir die Musterlösung anschaust. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und natürlich maximalen Erfolg für deine Prüfung.